Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem Wettepartel, es ist bei Persona 5, ich bin Salim Simafix. Es ist Zeit, dass die Morgentis wieder zuschlagen. Wir haben beim letzten Mal, äh, ja, es geschafft in Futubers Palast einzudringen. Und leider, es sah auch ganz gut aus, wir wurden eingeladen richtig und es sah aus, als würden wir da ganz entspannt hinkommen. Doch, es lief nicht so gut. Die Morgentis sind zwar wieder im Einsatz, aber es wird da doch ein bisschen schwerer. Eine riesige Pyramide, in die wir eindringen müssen, äh, beschützt hier den Schatz von Futuber. Die uns hier nicht in ihr, zu ihrem Schatz, äh, hinlassen will. Und so leicht lässt sie es nicht so, dass wir ihr Herz stehen. Deswegen müssen wir nun unser Best versuchen, dort reinzugehen. So, helping Futubers is in the end. You know that, right? We need to help us. Take down magic, got it? Okay then, let the plan commence. The plan to change Futubers' heart has begun. Try to steal your target heart by the deadline. Ja, dann, mission start. Dann, oben rechts. Request will appear, äh, on the Phantom of the Final Website, Uses the tips to track targets in Momentos. Es war in Momentos, äh, no, 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 no. Ja, genau, kommen wir schon. Are you showing me to tell others about what Mishima told you? Genau, das sollte man machen. Aber, ihr seht da oben schon, Sifu Tu was hart. Genau, das gehen wir jetzt an. 26 Tage haben wir, das klingt jetzt nach viel Zeit, aber wir wissen gar nicht, was, äh, passiert in, in dieser Zeit, was alles dort auf uns wartet und welche Gefahren. viel schlimmer auf uns warten hier so gut längst laufen kann ich hier die leute zusammen berufen wir meinen das am besten handy auch so handy rausholen hast du helft ja heute nicht die zeit leider genau aber ja genau einer der wahnung hat ge infiltrate palace genau miet ab allein rein und dann schauen wir mal ob wir schaffen können und hierher stehen können für real Faszinierend. Right. Okay, time for the meeting. Yes, let us go. Hey, we've changed into our Fenderfeast costumes. The proofs he sees us as Fred now. Let's be careful. It's time to work. Let's go, Joker. Skull, begleite mich, komm. Er mit seiner gebückten Haltung immer. Okay, gut. Dann stürmen wir doch mal rein und schauen, was drinnen auf uns wartet. Dieser große Felsbrocken macht mir ein bisschen Angst. Kommt man an dem irgendwie vorbei? Oder müssen wir jetzt immer Indiana Jones hier spielen? So, nee, der ist erstmal weg. Okay, das ist schon mal gut. Oder kommt der jetzt immer wieder? Ah! Sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, aber ein echter Phantom Thief findet immer einen Weg. Aber hier sieht ein bisschen zu aus. So, it still won't open. We might just have to give up on it. No point sitting around through. What do you want to do, Joker? Look for another entrance. None of the idea. Considering how manches this building is, there have to be another way soon. We will have to investigate every suspicious place we see. Both inside the pyramid and out. So, do you mean we got it here with the heat? No complaining. Let's begin our investigating right away. Okay, okay. So, uh, der Blick, das sieht schon gruselig aus. Ähm, wie sie aussieht. Gut, also, ich bin mir sicher, es gab ja außen einige Areale. Aber ich finde das ganz nett. Also, hätten wir jetzt vielleicht die Option bekommen, dass wir mehrere Möglichkeiten hätten, hier in den Palast einzudringen. Dass wir jetzt zum Beispiel... Come back here. Let's talk for a moment. Uh, okay. Gerne doch. Welcome back. I had thought I would never see you again. We are only here cause we got our beef. I can't believe you tried to drop our boulder on us. Do you want to see us to see you at Gotham Treasure or not? Hmm. Why don't we make a deal? You wish to proceed further, yes? A deal, you say? There is a town nearby. There is a town nearby. No, once you arrive. No, once you arrive. We need to head outside if we want to go to the town. We can go when you're ready, Joker. There is a town nearby. So, let's go. Morgana, roll out. Oh my god. We have arrived. This is here to be the city foote of the shadow mansion. It looks quite desolate. sie hätte an die band es hat hier irgendwie hat doch wie ein ganz wie eine ganz normale stadt im endeffekt aus aber hier sind inzwischen die uhr mumien schatten so schauen was die gegen hier so so ach die sollte man schon schaffen an 24 so was haben wir denn frey schon mal nicht gut dann masio so schön dass wir endlich mit allen unsere special muss haben so servus talk let me pop no no so i cant to step up out of some joe schmo hey don't you anything better to do seriously cosping in a place like this are just really freaking board i am just saying this is what you do in the spare time yo do you write a short bus to school so can i ask you something i'm not sure i get what's happening here did i lose now you tell the one all right something punk talk hey what are you trying to do think about the situation it was a joke man everyone listen to this you look at me i know when i'm getting all sweaty i'm glistening ain't i not got it all oh schon wieder verkacken girl talk all ideas kids don't move unless you wanna get filled with lead komm wir müssen es doch schaffen so they always give the guy a katze then you got something later for me coming right now ah endlich komm jetzt okay sehr schön man sehr geil man also wir haben jetzt für unsere charaktere immer einen schönen zusätzlichen versuch so moon magic an ab hier kann ich nicht mehr raus schmeißen dann schmeiß ich mein death mein mokka hier raus so let's go man ok dankeschön man deswegen unbedingt mit makoto auch hier den s-link ausbauen damit wir auch immer wegen mit ihren zusätzlichen diplomat diplomaten versuch ja so was gibt es denn hier i have to say the mood of this town is definitely strange i can't send anyone around hey guys you looking for something haha i thought i heard someone rustling around out here and here you are welcome to the desert fellow trader hmm what does he mean by trader we don't care about your welcomes you're a bandit right just caught up did fingerstall huh well ain't it interesting a group of criminals coming after a fellow trader well you're gonna have to catch me if you want it oh wait uh you just had to scare him off skull me we have to attack him later let's go after him yeah genau mama aber erst mal schauen wir uns hier um catch the bandit ja ja so leicht läuft es natürlich nicht wenn man es geil dabei ist so naja gut der ist ja eigentlich in die richtung gelaufen so das ist natürlich die frage oh 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 sorry jetzt fang ah die wände man so da kann ich mir nicht anstecken dann machen wir uns halt so man so komm Sandmaner ooooh ein Vogel great aaaah sehr schön moin lend mir power ok dann let's talk once i understand you me lend you my power me not making excuses me lost so make pay consequences me am really in soap no do you want me am ready if you want to kill me so oh all right i grill ya this is not barbecuing you need to be boss heroes the more me look at your mask the more strange it look why you are me a mask to fight anyway it keeps the foes blood off you know oh why look luck and gut so important you're saying beauty is like form of power me not get it me not sure why but you not seem like stranger to me hmm me remember now I am thou thou art I me am on so my powers use use it how you want it ok sehr gut eine neue maske so mir geht es ja immer nur darum neue personas zu bekommen das ist mir wusch so Sandman kann man auch schon wieder rausschmeißen Hauptsache wir hatten ihn einmal und er ist immer im Personabuch so weil meine Standardperson das habe ich eh man am liebsten sind mir ist mir mein ja ich weiß gar nicht ich habe so viel coole man ich mag eigentlich alle außer Assehen der ist voll doof man ich weiß nicht irgendwie schaffe ich es nicht ihn gescheit zu leveln man so kommt der hier hoch so war das noch ein Ambush ah sehr gut so uuuh das ist schön Frey habe ich mit dir jetzt eigentlich schon den Bettenpass ich muss doch mit dir schon den Bettenpass haben oder äh natürlich nicht so nun Masio so macht man das man sehr schöner Move ok gut da haben wir 44 Erfahrungspunkte ja ja level 28 man wir müssen ja schauen das Standardlevel ist level 29 das heißt wir sind total leveled man aber ihr kennt ja meine Devise man ähm einmal durchlaufen jeden einzelnen Gegner der sich irgendwo bewegt mitnehmen und weiterlaufen so macht man das so hier ist auch nichts hm ja gut dann haben wir noch hier hinten boah Leute wo ist denn der da müssen wir uns unsere Vision aktivieren oder so naja gut dann müssen wir es halt doch so machen also hier ist er hochgelaufen da geht es wieder zur Pyramide keine Ahnung wo sie sich befinden könnte so da ist nix hier sind wir eh gerade runtergelaufen das heißt er muss hier irgendwo sein ah ah hey i said wait we're we're at the slow-mo now you'll never catch me at this rate he ran off again hurry catch him fast bit of a 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 bit we should to con him somewhere con him but how let's use the square from earlier we can sneak around him and trap him in there i can feel it ok con him ok ok jetzt geht er nach oben ja klar ok so warte warte ich weiß noch nicht was wir machen müssen so jetzt läuft er nämlich da runter so jetzt noch einmal ach scheiße er biegt schon wieder ab verdammt ja aber egal so und jetzt ok doch nicht so leicht ah genau doch 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 paar Stunden jetzt locken wir ihn nämlich ich hatte ihn man also ich hatte ihn ja eigentlich aber nur gut so und jetzt ist er nämlich in der sackgasse hey guys we're finally chasing him okay perfect he's nowhere else to run let's do this joker den schnapp mal uns you bandit what's the matter not running anymore don't you think about coming one step closer give us what you stole haha don't be ridiculous you gotta let me go i mean you guys came to raid the tomb to ride why don't we work together and share the plunder don't talk to us like we are the same as you we came here to save frutobachan now give us back what you stole so when i do this no matter what huh well in that case i guess i don't have a choice wir nehmen immer den weg der gewalt der weg der gewalt ist immer der beste weg oder auch nicht da hast du erstmal einen freikörper man so zio wenn er wintertacken macht okay oder auch nicht ja gut er macht wintertacken das heißt ja gut ist mir scheißegal man dann haben wir noch agilo ich würde jetzt gern Yuruji aus wechseln äh scheiße Makoto ist adult zu Makoto ihr Verräter ja dankeschön wir wollen ja nicht gewinnen negate wind resistance so penner so und dann zündeln wir wieder ein bisschen jetzt macht das mal geil und wenn trifft ich ja jetzt du kleiner Pissenecke naja solange sie nicht mehr Frey einsetzt ihr habt es keine lustige zu ein mann ich habe jetzt einfach Garouli hier raus mann ich liebe dich so sehr so war zwar kein kill aber trotzdem sehr schön NNN der war echt wichtig so komm mach auf mich und jetzt kommt die rache man kriegt es erstmal schön kopfnuss oder halt Garouli mann weiter Leute mann so schlecht mann egal ich habe überlebt mir das ist mir wurscht ich krieg 946 erfahrungspunkte so alles ist mir wurscht we won oh he dropped something is this some kind of papyrus perich man it looks like there's something written inside hey no picking in their girl belongings without their permissions you know just what the hell's happening in her heart they suspended those weird voices saying you killed her and who knows what else it's all the freaking mess for the was supposed to be the queen of this palace but even she can go and roll it I don't know I never seen in a case like this Absolut wir haben unser item und ihr wisst was jetzt erstmal kommt auch wenn ich dich liebe Ann weil der der move von dir war schon sehr schön müssen wir jetzt Juske in die Party nehmen weil Juske ist einfach ein bisschen ihr wisst doch schlagkräftiger mann Windgegen ist einfach auch doof so gut, 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 gut so es ist halt sehr doof dass man sich nicht irgendwie hochheilen kann naja so I'm counting on you servus Ann ist eh gut wenn sie außerhalb der Party sind da können sie mich nämlich heilen und verbrauchen keine MP so ähm Ann, dir also ich hab voll Leben mann ich weiß gar nicht was ihr immer habt mann mir geht's gut mann so dann speichern wir erstmal bevor wir hier echt noch Game Over gehen das kann ich gut passieren das ist knifflig so und gehen wir mal ganz kurz in den Velvet round so immerhin ist es äh nicht Justin der hat uns wieder reingekickt das mag ich immer gar nicht mann so äh register genau alle registrieren schauen wir mal das ist wahrscheinlich die stärkste Persona der ist äh von Georgie's Link so kann ich ja wie alles also außer flau das könnte ich eh niemanden fusionieren der sieht aber auch cool aus laures so ich kann ja eh nur bis level 28 man seht da gibt's auch nichts cooles so den haben wir sogar schon ja wir haben hier den Großteil schon so Matador oh Matador ist cool man der ja genau der Zombie hier fusion okay man schon oh ja aber da muss ich meinen Jack Frost aufgeben mein Jack Frost ist so cool man jo servus Pastor ich bedanke mich wieder bei euch hauptsache ich hab meine Sachen schön reingetan man also diese Windresistenz die finde ich ehrlich gesagt ganz fies aber ich finde es schön dass wir da schon ein Kontermittel da gehen so gehen wir mal ein Foto über das Item und schauen ob das erreicht damit sie zumindest die Barriere hier weg macht ich hätte es wie gesagt schwanker von ob es mehrere Möglichkeiten gab hier reinzukommen dass man zum Beispiel noch einen Geheimweg findet oder dass man sie der wirklichen Welt irgendwie überzeugen muss hey we're back this is the thing you said they stole right well done it is yours now wait what didn't you want us to get it back because it's important there is a map of the tomb stolen by the bandit to aid his rent snacking of his place oh why are you letting them just do whatever they want this is your palace isn't it all that matters is the map it's now yours just come further and ah what what in there hey footage on this wo oh 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 Und dann geht's gut Wir müssen helfen! Okay, los geht's! So, gut Leute, bevor wir jetzt aber weitermachen und schauen, ob wir eine Möglichkeit finden, hier einen Weg rauszukommen, machen wir erstmal einen ganz kleinen Karten und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter mit Persona 5. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, ciao!